Der wacht auf. Der Stolos. Der erste Mal Stolos. Oh, alle Stolos. Tia, Freunde. Hey, ich bin auch aufgewacht. Hallo, Latia. Hey, warte mal. Nicht so schnell, alter Freund. Nicht so schnell. Unter Film war man oder morgen. Nicht so schnell. Wollen wir Weihnachten versauen? Ja, das war schon immer mein Traum. Wir holen mal schnell die anderen. Hallo, echt na toll. Hey, sag das nicht noch mal. Oh, ich bin schnell, alter ist. Du ffff, 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 ffff. Ach, Mann, hat die das? Oh, ey, du stinkst. Und jetzt schleudert der Latias weg. Ah, Latias ist abgehauen, der Feigling. Es hat den... Es kommt auf Weihnachtsmann. Uh, da. Okay, wir holen jetzt den... Ey, hier wohnt doch der Weihnachtsmann, oder nicht? Tja, Freunde, es ist an der Zeit. Auf zum Weihnachtsmann. Attacke. Juhu. Attacke. Ey, hey, wo ist Latias? Ach, da. Ah, Tito, mach den mal kleiner. Okay, jetzt kommt der Weihnachtsmann. Was ist denn hier für ein Lärm, ihr fleißigen, braven Kinder? Wollt ihr alle etwa ein Wettwas zum Weihnachten? Erstens sind wir keine Kinder, zweitens sind wir nicht brav und drittens bist du eine verdammt dumme Sau. Tja, hat schon mal erfolgreich geklappt. Der Weihnachtsmann ist weg. Nö, das war so dumm. Hallo, du blöber Kerl. Hey, ist echt na toll. Echt na toll, ist weg. Echie, ich. Hier. War weggelehen. Hup. Ah. Weg. Wupp. Oh. Ja. Yippie, das war cool. Achtung, jetzt wird's größer. Uhu. Hey, wo ist der Weihnachtsmann abgeblieben? Uhu. Hey, dicker, fetter Weihnachtsmann. Hau ab. Yay. Hallo, echt na toll. Ah. Hey, ich. Nee. Macht euch eigentlich Spaß hier, oder? Äh, ich hab's mehr Eis. Hallo, hier ist kalt. Ich bring dich weg. Ey, ich kann dich ein bisschen wärmen. Pfff. 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 Der Sack, jetzt bin ich verbrannt. Bin ich verbrannt? Ja, aus Versehen, aus Versehen. Ah, pfff. Ey, du beklein'n der Latiasis. Tschüss, Latias. Der schleudert ihn weg. Tschüss. Scheiße, scheiße, Bruder. Der fliegt weg, der Latias. Vor allem, wir machen den mal klein. Und dann sieht das so aus, als würde der wegfliegen. Ha. Yay. Jetzt guck ich mal, wie's beim Weihnachtsmann steht. Hm. Hey, der fliegt hier oben lang. Der fliegt jetzt einfach so vorbei. Wie steht's eigentlich beim Weihnachtsmann? Es ist weg. Ho. Ho, ho, ho. Ho, Bindel. Ho, ho, ho. Mein fleißiges, braves Kind. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Der mag Pan das verkommen. Ja. Ho, ho, ho. Ja, der Weihnachtsmann ist weg. Aber halt, halt. Ich will den Kindern doch einfach nur eine Freude machen. Und ich will einfach nur, dass ihr euch freut. Nichts anderes. Gut, dann versaue ich auch kein Weihnachten mehr. Nie wieder. Versprochen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, das müssen wir noch ganz klein machen. Ich auch nicht. So, ist das Video schon vorbei? Nein? Und jetzt in ein paar Tagen ist Weihnachten. Und jetzt in ein paar Tage später. Und jetzt in ein paar Tagen ist Weihnachten. wer? Oh, jetzt muss ich mal ganz schnell zu den Braven-Pokemons gehen. Oh, Latias, ich bekomme den nicht mehr groß, Tim. Ich bekomme Latias nicht mehr groß, Tim. Ich weiß, der. Macbrandt bekomme ich nicht mehr groß. Scheiße, wenn Macbrandt so klein bleibt. Ach, egal, der rennt hier einfach hinten rum. Ach, wieso? Ja, jetzt noch zur letzten Welt. Hier, auch für den lieben Stollos, ein Geschenk, der schläft auch. Und von Latias noch? Ja, Latias zieht hier vorbei. Und ein Geschenk für den lieben Latias. Juhu, ein Geschenk, endlich. Jetzt ist es vorbei. Gut. Juhu, ein Geschenk für den lieben Satz. Das ist ein Geschenk. Vielen Dank.